Eine sanierte Zweizimmerwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Leipzig. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, sowie eine Einbauküche. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 459 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.